Hier die Glocken aus dem Röhrmund. Gute Kirche, aber das ist der müdste, der Röhrmund. Hier die Glocken, der Röhrmund, in Holland. Glocken aus dem Röhrmund. Glocken aus dem Röhrmund. Der Architekt Kuipers, da in der Müsterplatz. Und jetzt zeige ich Ihnen das schöne Münster aus Röhrmund in Holland. Das ist es. Der hat einen schönen Garten da. Vor dem Münster Eintritt. Ja, so dürfen da auch Hunde nicht rein. Und auch so, das ist interessant. In dieser Röhrmund, da in der Wüste, was in die Garten, dürfen auch keine Kamelen reinkommen. Das habe ich da, hinter dieser Statue da entdeckt, wo dieser Architekt ist. Ne? Wurte Müso mal gebaut, habe ich gelesen. So. Das ist der Münster. Und eine Seite, so. 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 Soll ich nicht vergessen. Das Schild. Kann man lesen? Kann man. No Camels Eintritt. So, so, so. Na. Wer da mit Kamellen kommt, muss da anbinden da. Und da nachher in die Müserei. So. 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 Das ist alles klar, ich komme nicht klar. In Holland ist alles anders. Alle Jäcke in Holland sind anders. Na so. Es geht auch bis zu Reihen.